Haben Sie einen Termin? Haben Sie überhaupt einen Antrag gestellt? Tut mir leid, ich bin dafür nicht zuständig. Ich kann da nichts dran machen. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Gehört? Oder gesagt, dann bin ich mir recht sicher, du hast vor kurzem meinen Personalausweis beantragt. Oder aber, bingo, du bist selbst im öffentlichen Dienst beschäftigt. Stopp, 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 das sind doch alles nur Vorurteile, das hat nichts mit der Realität zu tun. Oder vielleicht ein bisschen? Ich selbst bin seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst und habe fünf Startups gegründet. Jetzt fragst du dich, wie kann das sein? Öffentlicher Dienst und Startups? Nun ja, ich habe meine ganz eigene Idee davon, wie man auch als Angestellter im öffentlichen Dienst ein Unternehmer sein kann. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich möchte dich einladen auf eine Gedankentankenreise, um mit mir gemeinsam mal den öffentlichen Dienst mit ganz anderen Augen zu betrachten. Ich nenne das Ganze, das Konzept, was dahinter steckt, Administration Evolution. Denn es ist Zeit für eine Zeitenwende im öffentlichen Dienst und dieses Thema geht uns tatsächlich alle an. Ich bin ein Vollblutmensch. Ob im Job oder im Privaten, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das nicht mehr zu trennen. Denn es ist einfach einfacher, nur ein einziges Leben zu leben. Ich bin glücklich verheiratet mit der Besten an meiner Seite, meiner Frau Britta. Ich habe insgesamt vier wundervolle Kinder. Ja, mein Hund, der hält uns mächtig auf Trab. Und ich bin Frontman einer Deutschrock-Coverband. Ist das interessant? Ist das wichtig? Ja, das ist wichtig. Ich habe euch was mitgebracht und zwar diesen grünen Schuh hier. Das ist ein ganz besonderer Schuh. Und was es mit dem grünen Schuh auf sich hat, dafür buhlen wir uns mal zehn Jahre zurück. Ich darf 2011 ein Projekt begleiten, ein Stadtentwicklungsprojekt als Teamleiter, was es ungefähr 40 Mal in ganz Nordrhein-Westfalen gibt. Wir Teamleiter überlegen gemeinsam eine Messe zu veranstalten, um mal einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was es Großartiges gibt in den Stadtteilen, was für Arbeit dort geleistet wird. In einem Vorbereitungstreffen im Essener Rathaus, meine Geburtsstadt, kommt die Frage auf, wer von euch braucht einen Bus, um alle Leute aus den Stadtteilen nach Duisburg zur Messe zu bringen? Schweigen im Saal? Zwei werden nicht reichen. Ich habe so viele Leute am Start, die sich aktiv für den Stadtteil einbringen und ehrenamtlich tätig sind. Ich bringe die alle mit. Ein paar Tage später überlegen wir dann im Team, wie können wir es optisch zeigen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam diese Messe besuchen und alle aus einem Stadtteil sind. Meine Kollegin Iris hat die beste Idee forever. Lass uns alle Teilnehmer mit grünen Schuhen bestücken, so wie dieser hier im Kasten oder meine, die ich heute voller Stolz tragen darf. Hm, gesagt, getan, aber wer hat schon grüne Schuhe? Leute, das ist zehn Jahre her, da waren die Schuhe vielleicht schwarz oder braun, rot, manche blau und einige schon weiß. Von grün keine Spur. Bringt uns alte Schuhe vorbei. Treter, die ihr nicht mehr braucht, die aber noch funktionieren. Wir sprühen die alle an mit Buntlack. Knatschgrün, so wie dieser oder meiner. Das haben wir dann tatsächlich getan. 60, 70, 80 Paar grüne Schuhe. Ein Bild für die Götter. Herrlich. Die Schuhe getrocknet, wieder verteilt, die Leute eingesammelt, ab in den Bus und los geht's nach Duisburg. Mit einem, nein, mit zwei Reisebussen und einem kleinen Bus. Das Wir ist ab sofort das Thema. Meine Leute sind total mega stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir werden gesehen, wir werden wahrgenommen und wir hinterlassen Spuren. Ich glaube, diese Spuren sind heute noch in Duisburg zu sehen. Wenn ihr mal im Landschaftspark seid, achtet drauf. An diesem Tag ist aber noch was ganz anderes passiert. Nicht nur, dass meine damalige Bürgermeisterin mit grünen Schuhen antritt, nein, in mir wächst eine Idee. Die Idee der grünen Welle, Mensch. Der Flow dieser Gruppe, die Kraft und die Dynamik, die von ihr ausgeht, transformiert auf einen Stadtteil, auf unser Projekt. Die Kraft und die Dynamik, das ist es. Wachstum von innen nach außen in den Stadtteil hinein. Braucht ihr noch mehr Wachstum? Okay, wenn mein Nachbar, der hat mich gefragt, Tom, kannst du auf mein Haus aufpassen? Hier hast du meinen Schlüssel, guck mal nach dem Rechten, ich bin drei Wochen im Urlaub. Das macht mich mega stolz, weil das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, was sich gut anfühlt. Mein Nachbar braucht mich und er braucht Hilfe. Dieses Gefühl, diese Idee, die dahinter steckt, habe ich genommen, um das Angebot in meinem Bürgerzentrum zu erweitern. Oftmals ist es ja so, dass Häuser nur aufmachen, wenn feste Mitarbeiter vor Ort sind. Ich finde, das kann nicht sein. Das sind vergebene Chancen und die Möglichkeiten, die sich ergeben, sind nicht genutzt. Also habe ich mir gedacht, ich mache das anders. Es ist wichtig, das Angebot zu erweitern, sonst stehen die Häuser leer und das ist nicht Sinn der Sache. Wie ich das mache? Ganz einfach. Ich vertraue meinen Leuten. Fertig. Ich gebe jedem Gruppenleiter einen Schlüssel. Ich sage, hier bitte mach. Das waren bestimmt 100 mit der Zeit, die einen Schlüssel vom Bürgerzentrum hatten. Was dann passiert, ist magisch. Tatsächlich magisch. Weil das Binnenverhältnis von mir zu meinen Leuten wird schlagartig ein anderes. Das geht richtig in die Tiefe. Die Leute sagen dann, wow, der Tom vertraut mir. Ich gehöre dazu. Ich bin Teammitglied. Ich bin auch wichtig. So haben wir es geschafft, in kürzester Zeit das Angebot zu erweitern und auf ganz anderes Level zu bringen. Und wenn wir jetzt mal den öffentlichen Dienst komplett betrachten, also alle zusammen nehmen, dann kommen wir schnell dazu, dass der öffentliche Dienst so etwas wie das Rückgrat der Gesellschaft ist. Wir öffnen Türen, wir halten den Laden zusammen und wir bringen neue Ideen auf den Weg. Wir sind auch so etwas wie ein Schlüsselbund. Und wir sind richtig viele, weil 5 Millionen Leute arbeiten im öffentlichen Dienst. Und wenn man es grob sagt, ist alles das, was von deinen Steuern finanziert wird, der öffentliche Dienst. Wie gesagt, 5 Millionen Leute, richtig viele Menschen, die dort arbeiten und richtig viele Angebote. Das ist die Stadtverwaltung, die Kreisverwaltung, die Ministerien. Das ist aber auch Arbeitsamt, Sozialamt, Jugendzentrum, Schule, Kindergarten, Universität, Fachhochschule und vieles, vieles mehr. Wir planen, gestalten, bringen auf den Weg. Wir bauen Straßenplätze, Brücken, Autobahnen, Infrastruktur. Wir machen Grünanlagen wieder grün. Wir sorgen für Ordnung. Wir erhalten auch Ordnung. Leute, der öffentliche Dienst ist so groß. Das sind so viele tolle Menschen, die so viel zu sagen und zu geben haben. Und darum, ja darum, lasst uns doch gemeinsam die grüne Welle Mensch mit Leben beleben und das Land weiter nach vorne bringen. Wir brauchen uns und müssen uns unterstützen, weil, wenn wir in unsere Kraft kommen, bei uns im Kopf macht es Klack und wir fühlen einander und wissen, wofür, in welche Richtung wir unterwegs sind, dann sind wir im Flow. Wir im öffentlichen Dienst sind im Flow. Und alle 5 Millionen Menschen schaffen das. Dann klappt das auch im Außen, in der Bevölkerung, im Land, in deiner Stadt. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum die Dänen seit Jahren und Jahrzehnten zu den glücklichsten Menschen gehören? Die haben einen Happiness-Faktor, der ist so hoch, das heißt echt so und wird jedes Jahr neu erhoben. Die haben sogar ein Wort dafür. Die sind ganz hüggeli, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und das liegt daran, dass die Dänen eine Art Urvertrauen in den Staat haben, in die Leistungsfähigkeit und die Unterstützungsfähigkeit. Und die Zahlen sogar gerne steuern. Ich möchte das auch, weil wir sind genug, um das zu schaffen, um eine Bewegung in Gang zu bringen. Wir sollten aber jetzt anfangen, über das Gute zu reden, weil ansonsten bleibt irgendwann das Schlechte hängen. Vielleicht erstmal nur im kleinen Rahmen, dezentral, in deiner Stadt, in deiner Community. Aber es kann viele kleine Rahmen geben. Und viele kleine Rahmen ergeben irgendwann ein großes Bild. So viel zu Hause an der Familienwand, wo viele einzelne Fotos hängen. Und ihr Gesamtbetrachtest ist ein Riesenfest. Damit es nicht nur theoretisch bleibt, habe ich euch zwei bis drei Sachen mitgebracht, um das praktisch anzuwenden. Was wäre zum Beispiel, wenn jeder Vorgesetzte ab sofort in seinen Mitarbeitergesprächen, statt über irgendwelche Ziele, die er jedes Jahr aufs Neue neu formuliert, mal was ganz anderes tut. Zum Beispiel, sie gründen jetzt ein Start-up in ihrer Arbeitszeit. Ja, ein Start-up oder nein, ein Start-up. Das wird neu sein für deine Kollegen, keine Frage. Ein Start-up ist was Innovatives. Es zeichnet sich aus durch die Beschäftigung mit Service, Produkt, Prozess oder Geschäftsfeld. Hm, Produkt im öffentlichen Dienst ist vielleicht so etwas wie die innovative Lösung, Inter-, nee, wie heißt das nochmal, ein Mitarbeiterausflug, ich weiß das Wort gerade nicht, tut mir leid. Also eine Art, neue Art von Mitarbeiterausflug. Ein Prozess könnte sein, die vegane Erweiterung der Rathauskantine. Ein Service, da fällt dir doch mit Sicherheit was ein bei dir. Du kennst dich da aus, was benötigt wird. Beim Thema Geschäftsfeld nun, da kannst du ruhig groß denken, kreativ und mutig sein. Es geht hier darum, die Dinge von morgen, die Megatrends vielleicht zu bearbeiten, was zum Thema Bildungslandschaften oder Klimawandel, vielleicht auch was mit Thema Nachhaltigkeitskonzept oder soziale Stabilität. Kreativität und Mut, das ist hier gefragt. Und sei dir sicher, es gibt in allen Bereichen Möglichkeiten, ein Start-up zu gründen. Lasst die Leute ran. Eine zweite Idee hat damit zu tun, dass du etwas regelmäßig und oft tust. Du musst es üben und wiederholen. Und jetzt wird es hart, es geht um Tic-Tac-Toe. Ein ganz einfaches Spiel, du kennst das sicherlich. Das Spiel mit den neun Feldern, mit dem Raster, wo man drei Symbole in eine Reihe bringen soll, um zu gewinnen. Ich habe das ein bisschen modifiziert und nenne es Tic-Tac-Tom. Kann man sich ganz gut merken. Das Tom-Prinzip, so nenne ich es, ist besonders, weil die neun Felder bekommen eine Beschriftung. Ihr tragt ein Team, Optimismus, Mut, Transparenz, Originalität, Motivation, Toleranz, Offenheit und Menschlichkeit. Diese neuen Begriffe sind ein Konzentrat aus 30 Jahren Arbeit in Gruppe und in Kommunikationsverfahren und bringen das auf den Punkt, was wichtig ist. Mach es regelmäßig und spiel es. Und wenn du gewonnen hast, hast du dein Monatsthema. Und das nutzt du in deiner Teamansprache oder in deinem Newsletter, in einem Mitarbeitergespräch, vielleicht auch in einem Podcast oder in einer Videobotschaft. Hauptsache, es wird regelmäßig wiederholt und geübt. Und das zweite ist, das zweite ist, nein das dritte, das sind wir ja schon beim dritten Spiel, nein, sorry, Entschuldigung Sie. Es geht um das 3M-Versprechen, mein 3M-Versprechen. Aus Mitarbeitern Macher machen. Aus Mitarbeitern Macher machen. Das wird jetzt hart für die Vorgesetzten, weil ihr dürft euch hinten anstellen. Lass die Leute ran. Die haben Bock darauf, Verantwortung zu übernehmen und vorne in der ersten Reihe zu stehen. Die brauchen Orte und Möglichkeiten, das zu üben. Und wenn die Ergebnisernte dann anfällt, dann wollen sie aber auch in der ersten Reihe und in der Sonne stehen. Das sollte für dich als Führungskraft aber klar sein. Machst du das schon regelmäßig? Wunderbar. Falls nicht, ist es doch jetzt der richtige Moment, um aus Mitarbeitern Macher zu machen. Wir anderen kümmern uns um den Rest der 5 Millionen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und gucken, dass sie motiviert weiterhin ihre sinnstiftende und sinnvolle Arbeit tun oder neu für sich entdecken und tun dürfen. Ernsthaft, wir brauchen uns aus dem weniger ich, mehr wir. Das ist die Kernaussage, die dahinter steckt. Und jetzt im Schnellverfahren vielleicht nochmal die drei Learnings des Tages. Führe eine Startup-Kultur ein, spiele einmal im Monat Tic-Tac-Tom und mach aus Mitarbeitern Macher. Und eine Bitte, sei maximal transparent dabei. Nimm die Leute in der Bevölkerung und auch deine Mitarbeiter einfach mit. Sie sollen verstehen, worum es geht, in welche Richtung du mit welcher Haltung unterwegs bist. Und dann wird aus dem Rathaus ein Tathaus. Nicht mehr und nicht weniger. Begeisterung und Identifikation im Inneren führt zu Begeisterung und Identifikation im Äußeren. Das ist ein Gesetz. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, möglichst viel Motivation an den Tag zu bringen und die inneren Kraftquellen kennenzulernen, dann sind wir ganz schnell dabei, die grüne Welle Mensch mit Leben zu beleben. Ich habe meine Kraftquelle tatsächlich auf der Straße gefunden. In meinem Job als Streetworker hatte ich mit Leuten zu tun, die am Rande der Gesellschaft leben. Das waren Drogenabhängige, das waren Wohnungslose, das waren Alkoholiker, psychisch Auffällige und andere ganz besondere Persönlichkeiten. Das meine ich durchaus wertschätzend. Die gucken heute wahrscheinlich hier eher nicht zu oder sind nicht dabei, was eigentlich schade ist. Ein Junkie zum Beispiel braucht 100 bis 300 Euro zur Finanzierung seiner Drogenthematik. Das bezahlen wir nicht vom Amt. Er braucht 100 bis 300 Euro pro Tag. Kannst du dir vorstellen, welche Energie und welche Kraft in diesem Menschen wüten muss, welche Angst aber auch? Diese Kraft und diese Energie habe ich damals gebündelt und gewandelt. Ich habe sie transformiert. Ich habe sie versucht zurückzugeben und dem Menschen eine Stütze zu sein. Für mich selber ist was ganz Tolles passiert. Und zwar konnte ich jeden Tag in diesen sieben Jahren Streetwork ganz viel lernen für mich und das in mir installieren. Diese Kraft und diese Energie trage ich seitdem dauerhaft in mir. Und das ist ein herausragendes Gefühl. Leute, ich danke euch für die Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben. Ich bin so froh, dass du dabei bist und vielleicht ein Stück weit was mitnehmen kannst, was in Zukunft bei dir zu Hause passieren kann. Und ich bin auch froh für die Zeit, die wir hier gemeinsam geteilt haben. Und erzähl davon weiter. Wenn du das nächste Mal jemanden mit grünen Schuhen siehst, dann sprech ihn doch einfach an. Auf die grüne Welle Mensch. Und schon habt ihr ein gemeinsames Thema und eine wundervolle, ganz großartige Zeit. Ich danke euch allen und sage bis bald.